So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu einem jungen Mann, der schon mal bei uns zu Gast war, der, ja, eigentlich vom klassischen Kabarett her kommt, er ist ein großer Fan von Hans-Dieter Hüsch und er war schon mal bei uns zu Gast. Ich bin ein ausgesprochener Freund seines Schaffens und deswegen habe ich ihn nochmal zu uns eingeladen, begrüßen Sie recht herzlich, Kai Magnus Sting, herzlichen Willkommen. Vielen Dank, danke schön, ich bin wieder im Fernsehen, ist das nicht schön, ich meine, ich gucke auch gern Fernsehen, am liebsten ohne Ton ist es nur halb so schlimm und wenn ich dann auch noch nicht hingucke, dann können die da vor sich hin, also Volksmusizieren, wie sie lustig sind, das ist mir vollkommen egal, Sie kennen das auch, diese ganzen Volksmusik-Sendungen, wenn ich das schon höre. Die lustigen Oberkreiner mit dem Almhütten-Beppi und immer. Ja, ist doch ein Krampf! Ich kann das, oder die ganzen Bands oder Chöre, ich mache Ihnen mal ein paar vor, vielleicht, vielleicht kommen Sie ja drauf, wer ist das? Achtung, wer ist das? Nein, nein, weiß ich auch nicht, können wir irgendwen anrufen, nein, Ernst Mosch, der hat immer so dirigiert, als würde Entenerwägung so, krrr, krrr, krrr. Umgekehrt hätte man sich's gewünscht, dann wäre man mal krrr, oder wer ist das? Fischer, Fischer, richtig, da sitzt die Zielgruppe, ja guten Abend! Fischer, ja. Und applaudiert sich selber, noch hätte er nicht mit gerechnet, oder kennen Sie den, wer ist das? Achtung, wer ist das? 1, 2, 3, 4... Wer ist das? James Lars! Ja richtig! Das ist doch eine Last, oder ich will das nicht, auch, kennen Sie, wer denn das, haben Sie, wer denn das gesehen, letztens mit Horst Tappert hat er seine drei Tränensäcke mitgebracht, also links, rechts und Fritz Wepper, und, oder, 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 oder letztens mit Johannes Hestas hat er an dem Abend seinen 300. Geburtstag gefeiert, Wahnsinn, ne, kam so die Showtreppe runter, links hielt ihn der Gottschalk, rechts die Regen, kam so runter, und ich war, und, äh, setzte sich so auf die Couch, ich hatte extra so ein dickes Kissen, ist ja klar, da wollen ja auch nach ihm noch welche. Nein, ich mein, damit, damit er höher sitzt, nicht wahr, und das eine Auge hier, das andere da, aber ein großer deutscher Schauspieler, ist ja Holländer, aber ein großer, nur tragende Rollen, alle im Sitzen, aber ein großer Schauspieler, Johannes Hestas, und die hatten hier extra ein Drehbuch, nicht wahr, damit sich quasi, äh, Gottschalk und Hestas dran halten konnten, und Hestas auch die richtigen Antworten geben konnten, ne, nur, Gottschalk hielt sich natürlich nicht immer dran, stellte so gerade so die Wette vor, für den Hestas, plötzlich sagt er, und, Jopi, was machst du denn, wenn du die Wette verlierst? Und Hestas, ich sage, ja! Gut, da hat ihn jetzt keiner nachgefragt, aber jetzt ist es raus, fühlt man sich auch leichter, nicht wahr, und da hat er gesagt, als Gegenwette kommt er wieder, wenn er 110 wird, der ist ja schon gerne eine Gegenwette, mehr ist ja eher eine Drohung, nicht wahr, aber, da hab ich mir auch gedacht, was macht der Hestas, wenn er wiederkommt, also, wenn er 100, ich mein, ihm sitzt die Hose ja mittlerweile schon hier, ne, wahrscheinlich kommt, wenn er wieder, wenn er 110 ist, kommt er so über diese Showtreppe, nur ein Hose, auf dem Latz sitzt so der, 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 der Zylinder, links und rechts, gucken die Hände raus, heut geh ich ins Maxim, wenn man mit ihm reden will, in Hose, ich sage, ja! Und dann, und dann wird im Fernsehen noch gekocht, viel blöde, meine ständige Begleiterin auch nicht, wahr, und Gewürze, jetzt hat sie auch Gewürze entdeckt, als wäre sie der erste Mensch, der erste Mensch, der Gewürze entdeckt hat, nicht wahr, Salbei hier, wie die Burschen alle heißen, ihren Ingwer hat sie jetzt, äh, haben wir jetzt letztens Ingwerwochen, mir steht der Ingwer hier, also, wie heißt das hier, also, nein, auf jeden Fall, oder, Kümmel, ne, und ich liebe ja Kümmel, Kümmel, Hörnchen, Kümmel, Brötchen, Kümmel, Stangen, Sauerkraut, Kümmel, Kolorodaden, Berge von Kümmel, tue ich mir da drauf, ne, und letztens, da ist meine ständige Begleiterin so eine Frauenzeitschrift, ich weiß jetzt nicht, wie die alle heißen, ja, Kapital, schöner Wohnen, Frau für Frau, Bäckerblume, ich kenne mich mit diesen ganzen Primatenbostillen ja nicht aus, und sie blätterte da so durch, auf einmal sagt sie immer, weißt du, was hier steht, weißt du, was hier steht, woher, sehe ich aus wie der Chefredakteur von Jagd und Hund, oder was, hä, woher soll ich wissen, was da drin steht, aber es ist ja typisch, genau, wenn die Frau nach stundenlanger Arbeit, man will abends weggehen, aus dem Bad kommt, fummelt sich noch so in Haare rum, und sagt, du Schatz, was sagst du zu meinen Haaren, ja, guten Abend, was soll ich dazu sagen, sie sind mir doch bekannt, versteht, ich wache jeden Morgen neben denen auf, ich schlafe jede Nacht neben denen, ich war mit denen im Urlaub, ja, ich möchte mal so sagen, die Gespräche zwischen mir und ihren Haaren sind geführt, was soll ich denn dazu noch sagen, oder, oder auch schon, wenn eine Frau aus der Stadt kommt, links und rechts Einkaufstüten, ja, ich hab was gefunden, aha, ihre Lieblingssachen liegen irgendwo, sie in der Stadt schon in Tüten abgepackt, ich hab was gefunden, und der zweite Satz, rat mal, wen ich getroffen habe, rätst du nie, ja, wie auch, hä, aber sie auf jeden Fall letzten, hör mal, hör mal, weißt du, was hier steht, ich sag, nein, wie auch, bin ich hell, sehr, wäre ich hell, sehr, wäre ich nicht mit dir zusammen, sagt sie, hier steht, hier steht, Kümmel macht impotent, hab ich nur gesagt, schön, ist mir die Sache aber wert, vielen Dank. Vielen Dank, ich danke auch. Einmal fürs Singen. Danke.